Wenn ihr Tod seid, geht nicht in die Stimmen weben, das ist einfach nur dumm. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Minecraft Video. Wir spielen heute eine Runde Splag. S-P-L-E-G-G mit dem Max und Niki mal wieder zusammen. Und kurze Erklärung was Splag ist, das wusste ich nämlich auch am Anfang nicht, das ist auf dem Hive-MC-Server hier. Und Splag ist, man bekommt eine Schaufel, aus dieser Schaufel kann man schießen. Logik braucht keiner in Minecraft, aus dieser Schaufel kommen auch noch Geschosse und zwar Eier. Und damit musst du den Boden unter anderem kaputt machen. Und ist das eine abgefackehle. Äh, muss ich runterspringen? Würde ich nicht, du kannst erst noch hier oben bleiben. Hier oben kannst du vielleicht noch überleben. Was passiert denn gleich, was kriege ich denn, Leute? Du kriegst gleich eine Schaufel und mit der musst du rechts klicken. Und den Boden unter anderem kaputt machen. Also ich bin noch ganz oben. Ich bin noch so ganz oben. Ich bin noch so ganz oben, was geht? Oh nein, ich bin gefallen. Oh, ich bin fast schon ganz, ganz runtergefallen. Ich habe einfach nur random Eier, die ganze Zeit. Ah, Alter, ich bin fast ganz unten. Wie ihr seht, der Spielmodus ist sehr, sehr dynamisch. Also man hat hier halt, wie gesagt, wirklich eine Kanone und muss andere versuchen runterzuschmeißen. Das heißt, man sollte manchmal ein wenig rennen, aber auch gut auf den Boden gucken, damit man nicht runterfällt. Wenn ihr den Spielmodus auch spielen wollt, HiveMC.com. IP steht ja auch immer in der Beschreibung. Ich kann auch nach oben schießen. Ja, nach oben schießen kannst du auch, keine Frage, klar. Oh Gott, die wollen mich hier gerade so runterknallen. Ich glaube, die sind ein Team. Ich bin ganz unten dran. Ich bin ganz unten dran. Oh, Pedoni hat so so einen, so einen, so einen, so einen, so einen, so einen, smiley. Oh, so einen, so einen, so einen, so einen smiley. Scheiße, lass etwas anderes. Nein. So. Was, ist das ein abgefuckter Spielmodus? Und der Spielmodus ist auch sehr kurz, wenn man es so sieht. Ähm. Deshalb wir ein paar mehr Runden auf. Richtig, gut, dass Max schon meine Sätze beenden kann. Ihr seid schon auf der ganz untersten Plattform. Max, bist du da immer noch? Ich bin auch so auf der zweiten Plattform. Ich weiß nicht, ob es die ganz unterste ist. Ja, ich bin gerade von der dritten auf die sechste gefallen oder von der zweiten auf die fünfte. Es gibt sechs. Ich bin so auf der zweiten. Warte, es gibt eins, drei, drei. Du kannst ja gerade ein bisschen rumfliegen. Ich bin tot. Ich bin reingesprungen. So, jahoo, tot. Ich lebe noch unter den besten neun. Ich sage euch, ich mache das hier im besten Dreiermodus. Ey, da oben, diese Bäume, die sind aus Spinnweben gemacht. Ne, doch nicht, aus Gitter. Voll die krassen Träume. Oh, jetzt hänge ich in den Spinnweben fest. Die sind so ein Team. Ihr Egelhaften. Wenn die Todzeit geht nicht in die Spinnweben. Das ist einfach nicht dumm. Hilfe. Sind die jetzt alle schon runterge... Ich glaube, ich habe gewonnen, Jungs. Allein aus dem einfachen Grund. Da oben ist noch einer. Allein aus dem einfachen Grund, dass die sich gerade alle runtergeschossen haben. Obwohl, da ist auch noch einer. Okay. Also, wie gesagt, als einzigen Tipp kann ich euch geben. Bleibt immer schön in Bewegung. Ähm. Denn... Möchte ich nicht. Dann kann einer, wenn ihr rumsteht, kann ja einer unter euch einfach so den Boden kaputt machen. Ich bin jetzt übrigens der Einzige auf Plattform 2. Das heißt, ich kann jetzt einfach verweilen, warten, dass ich gewinne und das war's. Plattform 2? Ja. Hier ist keiner mehr drauf. Ich hüpfe gerade rum wie so ein Isser. Äh. Mr. Gars. Aber da ist noch Mr. Gars irgendwo ganz oben. Ganz oben? Du willst mich verarschen. Also nicht ganz oben, aber... Uh, 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 das ist du. Und die Waffen kaputt. Ui, ui, ui. Heidewitzka. Ja, hier. Mr. Gars, fick dich. Mr. Gars kann mich machen. Fick ihn. Fick ihn einfach zurück. Schieß dich von oben ab, Digger. So. So. Viel zu lang glaubst du an die Liebe. Das war dein Untergang. Mann im Spiegel. Wir hören Skype. Wir will skypen und ist deutsch. Lass uns mal bitte skypen. Ja. Das war voll toll so. Einfach so mit irgendwelchen random Minecraftlern skypen. Das macht nur Spaß. Das macht so Spaß. Das krollert ihn jetzt einfach da runter. Stirb! Ja, Mann, ich hab einen umgebracht. Lass, 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 Lass. Oh, mein Kamera-Akku ist gerade fast tot. Auch sehr interessant. Dann nehmen wir wahrscheinlich nur zwei Rundchen auf. Denn doch, diese Runde geht doch ein wenig länger. Am Anfang dachte ich, das geht... Aber weil du da oben kämpfst. Ich kämpfst immer deine Fresse auf. Natürlich. Sonst guckt doch niemand das Video. Die gucken das nur wegen mir. Hab ich gedacht. Ja, komm hier. Nein! Boah, das... Alter, war das knapp. Boah, warum fällst du denn runter? War das knapp, Mann! Okay, einer lebt noch. Boah, das war gerade richtig awesome. Wo ist denn der? Ach, der ist noch so auf zwei... Oh, shit, shi, 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 shi. Awesome! 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 Der soll so mal runterkommen. Das ist doch voll kacke, wenn der da oben jetzt rum... Du musst ihn einfach nur kaputt machen. Ja, aber das ist so sauschwer, Kollege. Warte, ich... Nein, ich bin runtergefallen. Verdammt, ich bin zweiter geworden. Trotzdem ein schönes Ründchen, definitiv. Ihr seid ja sofort am Anfang gestorben. Ihr seid ja so ultra die Kack-Booms. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im zweiten Ründchen-Video. Also bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder in einem zweiten Ründchen mit Schlote der... Oh, warum schlägst du mich? Was ist passiert? Ich wurde geportet. Ich auch, oh Gott! In den Himmel! Hallo, Schlote! Schlote! So, das hier ist eine sehr interessante Map. Darf man nicht ins Blaue kommen? Doch, klar. Was ist das für eine Frage, Mann? Wow, ich fall schon fast so instant runter. Ich wette, Max... Max, du Sack! Ich wusste, dass du auf mich schießt. Fall doch! Fall doch! Fall doch! Nein! Ja! Ihr blöd Männer! Wo bin ich? Da bist du, Max! Da bist du! Steh, Max! Ich bin selber gesprungen. Pfff! Ich hab mich selber runtergesprungen. Drops an dich! So. Oh, Peloni ist auch da. Ich muss auch zugeben, dass das ein sehr, sehr interessanter Spielname ist. Weil ich meine, hier schießt man und irgendwie heißt das... Er ist ein Black. Aus irgendeinem Rett. Ich bin runtergefallen. Ich hab, glaube ich, einen Afkala getötet. Nice. Ich bin nicht so stolz darauf. Ey, lass mal den Afkala hier töten. Okay. Cool, der Afkala ist tot. So. Peloni ist gestorben. Kackbuhn! Harao Akba! Harao Akba! Max, kannst du mal aufhören, mich hier zu töten? Ich muss hier... Ich muss in einem guten Licht hier dastehen. Ich bin YouTuber. Oh, ich hab den gekillt. Okay. Okay. Danke. Du schießt gerade so. Bitte kein Ding. Haben wir so abgesprochen. Ich weiß schon, dass ich von diesem Server noch irgendwann gebannt werde, Alter. Ja? Weil du so oft nö, fick dich oder so schreibst. So nach dem Motto. Das habt ihr gerade in der Aufnahme nicht mitbekommen. Einer hat so gefragt. Ich bin P, du und die Team. Und der so, nö, fick dich. Ich bin so ein Loch gesprungen, scheiße. Na gut. Das war's für mich. Wenn der mich nervt. Ja, wenn der mich nervt. Gut. Ich würde sagen, das wäre es dann mit dem Rötchen, äh, Splack. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Falls ihr mehr davon sehen wollt, auch gerne einen Kommentar. Das hat sich saukrass gereimt. Ich bin der neue Rap-Star. Das hat sich nochmal gereimt auf das von vorher. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Euer Brain und die anderen verabschieden sich gleich auch noch. Dillü. Und dann, und dann.